So Freunde, jetzt fahren wir in der Rodelbahn. Das wird bestimmt lustig. Schaut es euch an. Die Rodelbahnstrecke zieht uns jetzt da hoch. Ich bin gespannt, wie weit sie geht. Seid ihr jetzt dabei? Dann fahrt ihr gleich mit. Da sind noch Tiere, sonst geht der Spaß gleich los, wenn wir oben sind. Oma! Oma! Ja, die Oma ist vorne. Oma! 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 Also ich habe die Bremse noch leicht angezogen, aber jetzt nehmen wir mal Gas. Das war's. Ich bin sicher, dass wir uns nicht mehr in den Boden verlieren. Super, da ist es gut. Super, da ist es gut. Super, da ist es gut. Ouh, allez